Hallo, also willkommen zu eurer neuen Folge Let's Play bei dem Kanal von Zwergi und er möchte nicht die Anrede machen, weil er zu doll lachen muss, aber jetzt, ja, ich muss nicht zu doll lachen, aber er hat gerade auf den Boden gesabbert, weil er so doll lachen muss, ja, hier ist schon voller Wasserfall, nee, aber auch von mir her herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Forbium und sowas aber auch von dem Zwergi941. Ich bin auch wieder dabei, hallo! Ja, nach seiner Ausrede und seinem, ja, das war eigentlich eben gar keine Sabbat, sondern es war sein Wasser von seinem Aquarium. Ja, und ein großes Sorry von uns allen drei, denke ich mal, dass gestern eine Folge Minecraft ausfallen musste. Ja, eine Welt bricht zusammen, wir sollten alles kaputt machen und neu anfangen. Was ein Übergang! Fließen-Übergang. Boah, wir sind solche Master da drin. Nein, ähm, der Grund war, wie ich schon in Formel 1 Let's Play gesagt habe, wir hatten einfach keine Folgen mehr, dass uns das mal bei Minecraft passiert. Oh mein Gott, ey, nicht mit gerechnet. Und der Forbium ist, glaube ich, ein bisschen vergiftet. Oder der lässt gerade ein paar fahren. Ja, ich, ich... Ich hab Blähung, ich hab Boden gegessen. Oh. Ach du Scheiße, ich springe in den Tod. Also, ich brauche... ...Bett. Boah, Forbium. Beschlafen. Bestimmt, wir müssen jetzt hier noch ein drittes Bett hinstellen. Hmmmm... Oh, wir haben nicht genug Woller und das ist nach. Das heißt, wir müssen wieder draußen rummetzeln gehen. Yay! Ja? Natürlich! Los, Creeper, kommt her! Und wir können ja dieses Mal ein bisschen weiter weglaufen. Ja, weg vom Fichtensetzling. Äh. Oh, da könnte ich auch wohl einen hinlocken. Ne, ich glaube, wir haben aber jetzt doch schon Fichtensetzlinge bekommen. Bäm. Da ist ein Schaf, da ist ein Schaf, da ist ein Schaf. Habe ich die Schere dabei? Ja, ich habe die Schere dabei. Scherf. Mach das nackig. Toll, eine Wolle. Sterb! Nein, wir doch nicht. Sterb! Ne, so sind wir nicht. Wir sollten aufhören zu sprinten. Wurde mir jetzt schon öfters gesagt, dass ich nicht so viel sprinten soll. Und dann kommen zwei Spinnen. Mehrere Zombies. Nein, mein Schwert ist kaputt. Scheiße. Nächstes Schwert. Mein Creeper. Ich werde hier gerade von... Ach du Scheiße. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Zombies belagert. Kippe an der ja. Und bam. Stirbt! Sterbt, Hühnchen. Wie souverän R.D. hier, das als Regeln, alles unter Kontrolle. So, jetzt die Spinnen. Die wollten wir ja eigentlich haben. Scheiße, ich habe... Ich verhungergleich. Ich habe... Äh... Noch ein... ...Gedruckt... 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 ...Drei Creeper. Ist hier gerade wer bei mir in der Nähe und kann mir bei den Creepern helfen? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ganz weit weg. Äh, ne, dann habe ich keine Lust. Du musst sie wieder zuflicken. Ne, ne. Einen habe ich gekillt. So. Ich muss nur ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Ähm... So. Zombie... Ne, den lasse ich jetzt einfach mal aus. Das Schaf hat auch schon wieder Wolle. Ja? Jo. Er kommt gleich mal vorbei. Produktives Schaf. Da oben ist es ja. Ich muss nur meine Verfolger kurz abschütteln. So, jetzt haben wir zwei Wolle. Ah, Creeper. Ich komme. Noch ein Creeper. Tot. Ich brauche was zu essen erstmal. Ich habe nichts mehr. Also an Nahrung und so gerade. Haben wir hier noch? Ja, hier haben wir noch zum Glück ein bisschen was drin. Ja, also ich habe jetzt zwei Fäden und zwei Wolle. Das sollte für ein... Ich habe eine Enderperle. Ich habe auch noch einen Faden. Gut, dann fehlt uns nur noch einen Faden. Dann können wir... Ich habe einen Faden. Hey, wir können ein Bett machen, weiteres. Oh, das ist auch noch ein Enderman. Oh, ich hasse diesen Ausgang. Oh. Jetzt gehe ich auch. Und da hast du Creeper. Creeper. Wenn der explodiert, das ist nicht meine Schuld. Der sieht aggressiv aus. Da springt ein Kiefer. Tod. Boah. Das sah richtig krass aus. Du gehst nicht... Oh, tot, 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 tot. Wirklich zum... Wir verbrauchen wieder mehr Nahrung, als wir haben, ne? Jo. Ja, so viel zum Thema. Wir wollten eigentlich den großen Minenschacht da endlich erkunden. Ich habe Eisen frei gebombt. Und ich fau hier kurz mal das Weizen ab. Ähm. Ich verbrach mein zweites Schwert. Oh, wie viel Schwert habe ich hier jetzt schon verbraten? Wir hätten doch das vom anderen Server mitnehmen sollen. Dass wir so ganz aus Versehen verzerrt haben. Ja, für diejenigen, die sich fragen, sind jetzt wieder auf meinem Server. Da ist die einfach... Bei mir mit Frebs ein bisschen flüssiger läuft als auf dem Server von sowas aber auch. Aber soll nicht heißen, dass wir da gar nichts mehr machen. Das eine oder andere Special werden wir wahrscheinlich auf dem Server veranstalten. Das ist tot. Aber, naja. Dann kommt auch 100.000 Abonnenten. Ne, ich denke, bei den ersten 50 Abonnenten werden wir da ein schönes Special veranstalten. Deswegen... Schön abonnieren und liken, weil wir so Abonnenten geil und gleich geil und ja... Geldgeil, YouTube Money... Äh, mehr als 20 Cent haben wir schon verdient, äh, schwerverdienter. Also, darüber darfst du nicht reden. Dann verdienst dir einfach kein Geld mehr, wenn YouTube das hört. Nee, nee, wenn die Abonnenten das hören, weil die denken sich, äh, nur Geldgeil, 20 Cent hat er schon verdient. Die 20 Cent haben mir letztens gefehlt, um ihren Kaugummi zu kaufen. Ey, du darfst das aber trotzdem nicht sagen, dann denken die, wir machen das nur wegen dem Geld. Ja, aber... Ganz, ganz ehrlich, bei den, bei den 20 Cent, ne, kannst du nicht sagen, und von, äh, von der Professionalität her, die wir hinlegen... Ey, wir sind voll professionell, wir lassen ja auch keine Kräfer explodieren und so. Nee, nee, ähm, die explodieren von selbst, wir sind das natürlich nicht. Ja, oh mein Gott, mein... Hä, ich hab irgendwie so ne Ader im Arsch, die grad die ganze Zeit voll tuckert. Ich kann nicht vernünftig sitzen, ich muss die ganze Zeit auf rechts sitzen. Hatte ich noch nie. Das sieht aus, als hätte, hier, sowas aber auch ein Pfeil im Arsch, oder vorne drin. Ja, sowas aber... Boah! Also, die Skelette kannst du hier, wenn sie dir da vorne reintreffen. Ja. Ne, der stecke im... Ach, jetzt ist er verschwunden. Hab ich eigentlich Pfeile? Irgendwo stecken? Nö. Schade. Ich bin Pfeile. Ja, ich hab einen neuen Skin, für diejenigen, denen es noch nicht aufgefallen ist. Hier so ein Swagboy und so, weil ich ja auch voll Swag bin. YOLO. Ach ne, Swag. Und so? Ja. YOLO Swag. YOLO Swag. YOLO Swag. Hipslar. Alles mögliche. Ich bin ein Hipstriger YOLO Swaggaboy. Jo man. Guck mal, das Skelett, das versteckt sich hinter den Bäumen. Man sieht nur die Beine. Ich seh mehr. Oh! Zwei. Verdammt, das sind zwei. Und da kommt ein Creeper. Stirb, Creeper. Oh, das sind drei. Stirb, Creeper. Stirb, Creeper. Creeper tot. Drei Skelette und ein Creeper drinnen versteckt. Was für Assis, ey. Gang bin im Busch, ja. Die gehen mit Taktik so langsam vor, das gefällt mir nicht mehr. Hm. Denken sich, ja komm, locken wir die mal an. Sind ja nur Skelette und dann kommen da 5000 Creeper. Ey, du übertreibst schon wieder. Jaaaa. Maul halten. Ähm. Wollte es nicht so frech sein, die haben auch Gefühle. Gefühle. Ja, wir wollten... Wie kommt der Grasblock auf den Baum? Ich würd's gar nicht wissen. Was ist ein Grasblock? Das war ein Enderman. Ja, klar, aber das ist trotzdem lustig. Ich wusste ja. Ja. Ja, da wo ich bin. Müssen wir nach meinem Namen gucken. Guck mal, da liegt noch... Oh, jetzt bin ich dem Pfeil hinterher gelaufen. Pfeil. Aha. Cool. Das hat sonst bestimmt keiner. Ne, ne, wir sind die einzigen. Man kann auch gar keinen... Ja, und wer anders hat das? Dann hat er das nicht von Gronkh nachgemacht, sondern von uns. Genau, wir lassen... Ja, das ist genau. Wir lassen Patente und so da drauf. Äh... Die einzigen die... Ah! Heißt das Patente? Ja, ich glaub schon. Ähm, wir wollten in ne große Höhle... Wie viel Nahrung haben wir jetzt eigentlich? Äh, wir haben genug... Ich hab noch sieben Schweineschützel dabei. Ich hab hier auch noch Weizen, den ich hier mal kurz im Brot mache. Äh, was jetzt eigentlich mit meinen... Ich halt ja letztens hier so provisorisch, äh, hier was angebaut. Wie heißt das? Coco Beans. Die liegen alle in der Truhe. Cool. Ah. Kannst mal gucken, weil... So, wir haben jetzt 15 Brote. Also ich hab eigentlich auch genug dabei. Zwei rohe Schweinefleisch ist hier. Noch fünf Hühnchen, die können wir... So, das müssen wir uns halt mit vom gammeligen Fleisch ernähren. Ich kenn's einfach. So, haben wir das noch mal kurz in den Ofen. Das auch noch mal kurz. Ähm... Ja... So, was brauchen wir denn in ner Höhle? Hat sowas aber auch noch gar keine Rüssel? Nö, woher auch? Aus dem Eis? Ist ja gar nicht mehr genug Eisen da. Ja, mein... Ich hab's dir schon mal gesagt, du kannst hier Eisen.